Koray, Koray start den Lachs. Start den Lachs. Im Posta auf Ansage. Ich mach Eli weg. Ich mach Eli weg. Bitte, ich bin ein Wichser. Bitte, 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 bitte. Here we go! Soll ich Eli killen? Was mach ich? Ne, ich muss. Wisst ihr, wen ich killen muss? Mo. Das ging aber schnell. Lol. Lol? Lol? Okay, die sind gut. Entweder... Ja, ne, aber ist nicht so. Sagst du, ist nicht so wie es aussieht? Nein, ist wirklich nicht so wie es aussieht. Ich wollte dich gerade befürchtigen. Ey, da guck mal. Ich komme gerade von oben vom Mad Bay Gang in den Upper Engine rein. Eli kommt von unten von Securities hoch. Und wir haben uns circa in der Mitte getroffen und da liegt halt ne Leiche. Ja. Stopp, 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 warte, stopp, stopp, warte, warte. Hast du den nicht gesehen oder was? Äh, warte. Wir sind halt gleichzeitig zur Leiche gekommen. Er kam von unten, ich kam von rechts. Koray, von wo bist du gekommen? Von oben, Mad Bay. Den Gang. Okay. Und Eli kam von oben zur Güte dann. Wer, wer... das ist unnormal leicht grad. Micky, mit wem warst du? Ich weiß, ich stehe Dings, ich wollte mein Discord... Ich wollte mein Discord-Overlay anmachen. Also du warst quasi nicht da? Ich, ich stand direkt am Anfang Dings... Micky, du spielst... Bei dem Schalter. Okay, warte, dann neu. Mo, mit wem warst du? Ich war Capitaria, hab oben da und dort gemacht, nur dann bin ich gerade runtergelaufen. Micky stand da auf Afghanistan, das kann ich bestätigen. Oh mein Gott, ich hab ihn, glaube ich, gesehen. Ja, sag es, sag es, sag es! Jetzt ist wieder, jetzt ist wieder die Glatze. 50 Sekunden, schnell, äh... Es kann, es kann, es kann die, es kann die frische Glatze sein. Ja? Ich bin electrical, Jungs. Wo war die Leiche, im Mad Bay, oder nicht? Ich bin electrical. Ja, ich war atmen und da war auch eine Elektrik... Das kann, stimmt. Ich bin electrical. Ja, ich bin electrical. Wo war die Leiche aus, Danny? Wo war die Leiche aus, Danny? Wo war die Leiche aus, Danny? Okay, wir verschwenden Zeit. Kalle, oder was? Ich schieße gerade diese 20 Dinger ab. Okay, Omit? Dann hat die Leiche nicht gerade aus. Ich weiß auch. Es gibt ja zwei Leichen, ne? Rechts kann auch noch eine Leiche aus. Ja, stimmt. War gegen Ende nicht die Leiche aus? Ja. Denny hat gerade gesagt, dass... Das ist am Ende. Letzte Sekunde. Letzte, ganz letzte Sekunde. Ja, okay. Ich weiß, Danny. Bei mir war auch einer. Willi, wo bist du denn? Ich bin, ich bin, ich bin verloren, weil ich... Ach, gut. Willi, wo bist du? Gut. Ich bin electrical und Danny sagt, er ist electrical. Das ist ja das Sasse. Oh. Ich wollte noch nichts sagen, moin. Egal. Was ist? Okay. Jetzt muss ich dran Kilo machen. Jetzt muss ich dran Kilo machen. Guck mal, ich stehe jetzt hier so lange, weil man hier hat man es nicht auf dem Schirm. Das brauchst du ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Bab, bab, bab. Die Leiche da. Oh. Jetzt gehen wir da hin. Jetzt gehe ich hier unten hin. Mach hier. Ihr werdet es sehen. Es ist so geil. Schön, dass ihr wieder da seid. Wirklich. Holt den Jürgen raus und spielt an ihn. Spielt an ihn. Komm mit Willi. Ich habe eine brutale Idee. Macht die Pfoten weg von den Sachen, Kalle. Bitte sagt mir unten rechts. Ja, ist unten rechts. Boah, das könnte der Orangene aus Hamburg sein. Oh. Oh. Bitte? Ihr wart zusammen. Ihr seid nach rechts gelaufen. Oh mein Gott. Ich bin oben links. Willi. Ja, jetzt gerade. Ich rede von davor. Unten rechts bei Storage. Oh mein Gott. Weißt du, Koray, als Rector angegangen ist oder vorher? Oh mein Gott. Ich kam doch von rechts. Ich bin doch da zusammen mit euch die ganze Zeit dahin gelaufen. Ja. Was meinst du, Koray? Stopp mal. Stopp mal. Stopp mal. Stopp mal. Stopp mal. Koray, du sagst Micky. Ich sag, also, guck mal, ich sag dir mal aus meiner Sicht, ja. Ich bin in Storage gewesen. Da waren Micky und Eli mit mir zusammen. Ich bin hoch gegangen, zur Admin. Ich hab doch kurz geguckt, ob da jemand tot ist. Weißt du noch? Ja. Und da sind Eli und Micky zusammen nach rechts gegangen, zu zweit. Richtig, ja. Dann ging der Rector an und dann bin ich sofort nach links gegangen. Richtig, ja. Micky ist mit mir und Kalle nach links gelaufen und Eli war hinter uns. Also, das kann sein. Ja, aber warte mal. Ich weiß nicht, wie alt er war hinter euch. Amt der Notten sau. Das müsste ja bedeuten, dass ich in dem Feld, weil wir waren ja alle zusammen. Ja. Da muss ja in dem Feld rechts, da muss der Imposter ja Reaktor angemacht haben. Ja, ja, ja. Dann Eli killen, dann rüber shiften auf links. Das ist schon ein smarter Play. Das Ding ist, Micky und Eli waren auch auf dem Weg und die waren hinter uns. Ich wünschte, ich würde so ein Play machen. Also, es kann sein, dass die Kalle... Ich muss mir das merken für die Zukunft. Micky müsste dann in der letzten Runde, in der letzten Sekunde irgendwann gekickt haben, weil ich habe den noch Cafeteria AFK gesehen. Wie gesagt, ich bin es nicht. Ich bin zusammen mit Eli gelaufen. Links waren eigentlich so gut wie alle. Ich weiß gar nicht, wer nicht da war. Aber ich bin es halt nicht. Und bei sieben Voten ist halt auch Quatsch. Also, als der Reaktor an war, jetzt nur mal damit zu verstehen, ist Eli mit euch gelaufen, Amit, ja? Ja, ja. Ich war mit Kalle und Eli war in Navigation. Ey, ihr seid doch... Nein, Eli. Hört mal zu, hört mal zu. Wer hat mit mir den Reaktor ausgemacht? Ich war oben rechts bei dem Reaktor. Ich war unten. Ich war da. Ich war auch da. Micky waren da, alle waren da außer Eli. Und wenn fucking Micky mit ihm rechts gelaufen ist... Ja, aber ich war ja nicht rechts. Das war ja viel, viel länger her. Das ist so durch. Das ist so durch. Das ist so durch. Nee, das war in der ersten Runde, habe ich gesagt, Micky. Die sind so doof. Er war ja AFK vor langem. Die sind so doof, Chat. Die sind so doof. Oh Gott, oh Gott. Leichter gehen ja nicht fünf verdiente Subs, ne? Also, ich bitte euch. Oh! Wen lasse ich am Leben, dass es Sass ist? Ich hau Mo weg. Mo weg machen und wir gewinnen. Ja, Chat, wir sprechen eine Sprache. Wir sprechen die Sprache der Liebe. Mach ihn weg, Kalle. Warte. 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 Schaut zu und lernt. Schaut zu und lernt. Oh das ist ja so leicht. Ich bitte euch! Mann, ich bin ihm doch hinterher gerannt. Ich wollte den Namen wissen! Wer war alles? Ok 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 ok. Ich hab's, ich hab's! Micky bitte! Micky bitte! Oder Korall bitte? Sag es, dass ich es nicht wahr Korall. Ja! Ich sag ich. Ich kann erst mal sagen wo die Leichen sind. Wo sind die Leichen! Elektrical, direkt vor dem Lichtschalter liegt eine Leiche Koray ist mir von der Mitte Du bist es nicht, Punkt, wir verschwenden Zeit Du bist es nicht, ich bin es nicht Koray, es gibt eine 50-50 Chance Okay, pass auf, ist sehr, sehr wild von mir ein Call Ich sage, du bist es nicht, Micky ist es nicht Jetzt ist die Frage Ich schätze, es ist entweder ich könnte es natürlich auch sein, Kalle oder Mo Und ich sage, du bist es Entweder Mo oder Koray Willi, wo warst du jetzt? Willi? Redest du mit mir? Ja, wo warst du jetzt? Engine, lower engine Ja, das stimmt nicht Wo warst du denn? Ich war Admin und dann habe ich gesehen, dass Elektrical Das macht alles Sinn Komplizierte Runde Hört mir zu, das macht Sinn Weil ich bin Ich habe gesehen, dass einer Elektrical ist Aber der macht das Licht nicht aus Dann habe ich gesehen, dass da zwei Punkte sind Aber einer ist Security gewendet Das heißt, ich bin von oben zu Security gegangen Wollte sehen, wer da ist Da habe ich keinen gesehen Bin dann runter zur Elektrical Wollte reporten Und dann fragen, wo ihr seid Aber in lower engine war Willi nicht Ja, aber jetzt kann ich Und das ist der große Punkt Jetzt kommt mein Alibi Das Licht war doch aus Das Ding ist, Koray, guck mal Wir müssen jemanden wählen Licht war aus Wir haben eine 2 von 3 Chance Ich sage aber, wie es ist Ich habe einen Tag geworden Okay, warte mal, warte mal Kalle, wo bist du gerade? Jetzt gerade Cafeteria ganz oben Guck mal, Micky Uns ist doch einer entgegen gelaufen Er ist doch Cafeteria hochgerannt Ja, aber Koray Aber das war Mo Das war Mo Das war Mo Also? Ich sage, es ist Mo oder Kalle Micky, ich schläge in deiner Hand Micky wen? Micky wen? Micky? Mo Mo? Nein! Oh mein Gott, wie kommt der? Micky ist der 2 Mo ist so ein Fuchs Ich hätte doch Mo als Anfang weggemacht Ich bin doch nicht blöd Koray, wir sind durch Wir haben safe Wir haben safe Koray, ist es safe? Was? 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 Oh, Micky ist koray Oh, wie schlägt Oh, Gaming HD Micky, Koray Oh, Koray Oh, Ws in den Chats Wir haben es verkackt Ados, beleidige Micky Ados, beleidige Micky Du kannst es nicht Beleidige Micky Was hat er mit dir gemacht? Wir machen nur Ws Ich bin so ein gutes Gleidige Micky Ados, lass es raus Lass es raus Was hätte er mit Stell dir vor, du wärst Micky an der Stelle Stell dir vor, was Micky gesagt hat Überdeck mal, was das für eine schlechte Runde macht Er war einfach hier in den Aufbau Und da macht er solche Calls Immer mal die Imposter-Loben Danke, danke, Kalle Wie könnt ihr mit dem, glaube ich Ich wollte eigentlich, den Call heute Wie kommt ihr da auf mich zu weh? Also Willi und Kalle einfach gut gespielt Ich hatte keinen Plan Danke, Micky, danke Er labert immer so Er labert immer, ich schwör's dir Wenn dieser Schwanz Imposter ist Dann labert er ohne Ende Okay EliasN97 Wenn ich das nächste Mal Imposter bin Bist du der Erste